Vielleicht mal der Schussversuch aus der zweiten Reihe! Und da ist er! Wieder einmal Sven Köhler, der die Bremer Brücke zum Beben bringt. Keiner geht richtig ran, bis auf 20 Meter, das ist natürlich komplett fahrlässig. Aber da musst du auch erstmal die Lücke finden. Durch so viele Beine hindurch, strammer Abschluss, Batz, selbstredend. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.